Logbuchfreiheit mit der inzwischen schon zehnten Folge und auch unserer letzten Folge vor einer kleinen Sommerpause, die wir beide uns gönnen. Wir beide, das sind Lea Beckmann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und ich, Linus Neumann, der gerne sich auch im Logbuch Netzpolitik äußert. Heute wollen wir schon wieder über Geschlechtergerechtigkeit reden. Und ich war jetzt zu Beginn auch ein bisschen irritiert, weil wir ja schon über Geschlechtergerechtigkeit in der Krise gesprochen haben und über gleiche Rechte für alle Eltern. Und nun höre ich, dass es trotzdem weitere Probleme beim Geschlechtereintrag gibt. Und ich hatte ursprünglich gedacht, das hätte sich doch jetzt mit der dritten Option geklärt, dieses Problem. Warum nicht, erklärt Lea mir jetzt. Lea, wie immer fangen wir ein bisschen Meta an. Wo erfasst denn eigentlich der Staat das Geschlecht und welche Optionen, welche Möglichkeiten habe ich da zu wählen? Genau, fangen wir mit den Basics an. Also, wenn man geboren wird, dann wird staatlich im Personenstandsregister ein Geschlecht eingetragen. Und das ist eben ursprünglich einfach nur männlich oder weiblich gewesen. Und seit 2013, seit einer Gesetzesänderung, gibt es also auch die Möglichkeit, dass bei der Geburt eines Kindes der Geschlechtseintrag offengelassen wird. Das ist insbesondere, war jedenfalls damals wohl für intergeschlechtlich Personen gedacht. Und seit 2018, im Anschluss also an die dritte Optionsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, gibt es zudem die positive Möglichkeit eines Geschlechtseintrags als divers. Also, es gibt männlich, weiblich, divers und Lehrstelle. Vier Optionen. Okay, und bei den, jetzt kann ich mir schon ungefähr vorstellen, in welche Richtung das gehen soll. Vielleicht sollten wir aber auch grundsätzlich nochmal klären, was ist überhaupt Geschlecht? Es gibt viele Diskussionen darüber, die davon, die den Bereich haben von einmal Leuten, die sagen, Geschlecht ist das, was ich sage, was du hast, bis hin zu denjenigen, die sagen, Geschlecht ist vielleicht ein bisschen komplizierter. Sag doch mal, was da so der, eigentlich der Stand der Forschung einerseits und auch der Stand der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema ist. Das, was mich quasi bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte hier auch besonders interessiert, ist quasi die Frage, wenn der Staat Geschlecht erfasst, was erfasst er dann da eigentlich? Und man muss beim deutschen Geschlechtsbegriff quasi zwei Dinge auseinanderhalten. Da wird oft eben aufs Englische rekurriert, weil die englische Sprache da genauer ist. Und das ist einmal Sex und einmal Gender. Und Sex ist quasi, sind die körperlichen Merkmale, die mit Geschlecht in Zusammenhang stehen. Also zum Beispiel Hormonspiegel, Chromosomen, aber eben auch äußere Geschlechtsmerkmale. Und auch da ist man eben im Ausgangspunkt ein bisschen davon ausgegangen, man könnte jetzt also körperliche Menschen einordnen in männlich und weiblich. Und inzwischen ist da wissenschaftlich klar, dass diese so binäre Kategorie entweder oder nicht funktioniert, sondern dass das eher so Spektren sind. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn eine Frau einen hohen Testosteronspiegel hat zum Beispiel, ändert das dann irgendwas an ihrem Geschlecht. Da wird man auch inzwischen sagen, da kommt es auch wissenschaftlich wohl doch auf die Geschlechtsidentität eher an. Die perfekte Überleitung ist zu dem zweiten Teil, Gender nämlich, des Geschlechtsbegriffs. Gender begreift Geschlecht eher als eine soziale Kategorie und orientiert sich dann maßgeblich an der Geschlechtsidentität einer Person. Das heißt, Geschlecht ist also das, was ich sage, was mein Geschlecht ist oder ob ich ein Geschlecht habe. Und in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist inzwischen klar, dass also das Geschlecht, was wir erfassen von Personen, sich im Endeffekt maßgeblich nach der Identität bestimmen muss. Das ist für manche Personen, die damit noch nie zu tun haben, ein bisschen überraschend, weil dann könnte man ja einen Penis haben und sich als Frau verstehen. Aber ja, so ist es. Ja, und es macht ja auch Sinn, wenn man länger mal darüber nachdenkt, dass Gesetze ja unser soziales Zusammenleben primär regeln sollen und nicht unsere biologischen Gegebenheiten. Dementsprechend macht es ja auch Sinn, sich hier auf das gesellschaftliche Verständnis zu konzentrieren. Machen wir ja mit anderen Begriffen genauso. Ja, wäre ja auch ein bisschen weird, wenn jetzt hier der Staat irgendwie körperliche Merkmale kategorisieren und also so. Und das Bundesverfassungsgericht hat außerdem eben auch festgestellt, dass es gibt eben nicht nur die Geschlechtsidentität männlich oder weiblich, sondern es gibt auch Personen, die sich anders verstehen, also entweder nicht einkategorisieren wollen und die können dann divers eintragen oder eben auch Leute, die diese Geschlechtskategorien für sich einfach insgesamt ablehnen und sich vielleicht eher so als Ex-Gender, A-Gender beschreiben und also den Eintrag auch leerlassen können. So, jetzt habe ich einerseits, ich denke, das sind bekannte Möglichkeiten. Es gibt auch die Situation, in der es quasi einen so großen Unterschied zwischen dem Sex und dem Gender gibt, dass man hier Anpassungen vornehmen muss. Und jetzt gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Eintrag zu korrigieren. Ja, also man kann auf der einen Seite anpassen, man kann auf der anderen Seite anpassen. Das ist ja auch genau richtig so, wenn es irgendwo eine Diskrepanz gibt. Welche Möglichkeiten habe ich denn, meinen Geschlechtseintrag zu korrigieren oder anzupassen oder zu ändern? Es gibt gesetzlich zwei Möglichkeiten, den Geschlechtseintrag zu korrigieren. Und die sind beide verfassungsrechtlich ausgesprochen problematisch. Vielleicht zuerst die alte Möglichkeit quasi seit den 80er Jahren findet sich im transsexuellen Gesetz. Das ist ein Gesetz, das einen Antrag vor einem Gericht ermöglicht, um eben seinen Geschlechtseintrag korrigieren zu lassen. Dieses ganze Gesetz, wenn man das liest, dann wird einem schwummerig, weil das noch so aus den 80er Jahren stammt und so ein bisschen auf einer Vorstellung aufbaut, dass Transgender ja irgendwie, dass das alles Kranke sind und so. Und das liest man wirklich im Gesetzestext bis heute. Das ist in der Geschichte vom Bundesverfassungsgericht in etlichen Entscheidungen zerlöchert worden, weil ganz viele Teile davon verfassungswidrig sind. Und was bleibt, ist eben, dass es also da die Möglichkeit gibt, ein Gerichtsverfahren anzustrengen, wenn man also den Geschlechtseintrag ändern oder korrigieren lassen möchte. Und dann kann der Staat zwei psychologische Gutachten erstellen lassen. Dann muss man sich also von einem Psychologen befragen lassen zur Sexualität und Geschlechtsidentität und irgendwie Sexualpraktiken und Kindheitsvorstellungen und so. Und das muss man auch noch selbst bezahlen. Das ist relativ teuer, dauert ein Jahr lang. Und dann kann man also im Endeffekt seinen Vornamen und auch vor allem den Geschlechtseintrag ändern. Und es gibt eine zweite Möglichkeit. Die findet sich im Personenstandsgesetz. Und das ist quasi das, wo auch die dritte Optionsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt worden ist. Denn es wird ja im Personenstand quasi bei Geburt eingetragen, welches Geschlecht man hat. Und dann kann man also nun auch durch eine einfache Erklärung beim Standesamt sagen, das, was da bei Geburt eingetragen ist, das war immer falsch. Und dann hat der Gesetzgeber eben normiert, das können aber nur Personen machen, die sogenannte Varianten der Geschlechtsentwicklung haben. Und die müssen dann über eine ärztliche Bescheinigung darlegen, dass sie diese Varianten der Geschlechtsentwicklung haben. Wenn ich das richtig verstehe, heißt das, dass eine transsexuelle Person nicht nach dem Personenstandsgesetz den Eintrag ändern kann, sondern nur Menschen, die irgendetwas auch Sexmäßiges vorweisen können für ihre falsche Genderfeststellung. Ja, das ist alles nämlich total umstritten seither. Also da steht halt Varianten der Geschlechtsentwicklung. Habe ich das denn richtig verstanden überhaupt? Ja, nee, aber so sieht es auch der BGH. Ich sehe es ein bisschen anders. Okay. Also nach dem Personenstandsgesetz hat man also die Möglichkeit, also einfach durch Erklärung beim Standesamt das korrigieren zu lassen, muss aber dieses, also laut dem Wortlaut des Gesetzes, dieses Attest vorweisen. Und dann ist also die Frage, Varianten der Geschlechtsentwicklung, was heißt das? Varianten der Geschlechtsentwicklung ist ein Begriff, der eigentlich im Ausgangspunkt aus der Medizin kommt und eine Diagnose, pathologisierend und total umstritten, aber eine Diagnose ist für Intergeschlechtlichkeit, also Menschen, deren Körper sich nicht ganz klar einkategorisieren lassen in diesen binären Vorstellungen. Und dementsprechend versteht sich dann auch das ärztliche Gutachten, also das Attest, man muss sich dann, also soll sich dann irgendwie wohl körperlich untersuchen lassen, sowohl die Vorstellung des Gesetzgebers. Aber das beißt sich so ein bisschen mit der Tatsache, dass das Bundesverfassungsgericht ja eben sagt, Geschlecht und das, was der Staat über Geschlecht erfasst, dafür ist maßgeblich die Identität der Person. Und das kann eigentlich nur man selbst sagen. Da macht Fremdbegutachtung, ergibt da gar keinen Sinn. Es klingt auch ein bisschen komisch zu sagen, naja, wenn die Ärztin jetzt mit der Feststellung scheitert, dann kriegst du den Freistand und darfst es dir selber aussuchen, aber sonst nicht. Das klingt ja doch so ein bisschen raus, oder? Ja, und es ist ja total weird, weil also nur weil man intergeschlechtlich ist, heißt das ja noch nichts darüber aus, wie die Geschlechtsidentität ist. Also man kann ja intergeschlechtlich sein und weiblich sein oder intergeschlechtlich und männlich. Und jetzt zu sagen, nur weil dein Körper intergeschlechtlich ist, kannst du irgendwie anders deinen Geschlechtseintrag ändern, ist einfach eine, also sachfremde Kopplung, würde ich sagen. Und also es ist, also einmal diese Attest, diese Attestgeschichte ist total umstritten, also einmal aus dem Grund, es ist sachfremd, weil so eine körperliche Untersuchung ist irgendwie total beschnarcht, wenn wir wissen, dass eingetragen werden muss, das, wie ich mich identifiziere. Und zweitens ist das auch ein Problem, auch für intergeschlechtliche Personen, denn intergeschlechtliche Personen haben so einfach als Gruppe ihre ganz eigene Leidensgeschichte mit der Medizin, die einfach schon immer versucht, irgendwie aus Intergeschlechtlichkeit quasi eine Krankheit zu machen. Intergeschlechtliche Personen werden auch in Deutschland ganz oft als Kind noch zwangsweise irgendwie umoperiert, damit sie irgendwelchen, ohne dass das notwendig ist, nur damit sie irgendwelchen gesellschaftlichen Vorstellungen von irgendwie Körperidealen entsprechen quasi. Das sind Personen, die ganz bestimmt keine Lust haben, sich von einem Arzt begutachten zu lassen, damit sie ihren Geschlechtseintrag ändern lassen können. Das heißt, aus ganz unterschiedlichen Gründen ist dieser Attest schlicht total umstritten. Ja, also das, denke ich, leuchtet auf jeden Fall ein, wenn man von Diskriminierungsfreiheit reden möchte, dann ist so ein Verlangen eines Attestes meistens in vielen Fällen wahrscheinlich nicht der richtige Weg dorthin. Jetzt klingt es schon raus, ich habe das hier schon öfter gesagt, wenn Juristinnen etwas umstritten nennen, dann suchen sie den Rechtsstreit. Und was tut sich denn da jetzt auf der politischen Ebene oder was tut sich von Seiten der GFF in diesem Bereich? Ja, also auf der politischen Ebene, also wir nehmen ja heute am 19. Juni auf, am Freitag, wenige Stunden bevor ein Gesetzesentwurf der Grünen für ein Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag diskutiert werden wird. Die Grünen setzen sich also ganz stark dafür ein, dass man das transsexuellen Gesetz abschafft und stattdessen eben Möglichkeiten schafft, selbstbestimmt seinen Geschlechtseintrag zu ändern. Ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Ich traue mich nicht, zu hohe Hoffnungen zu hegen, aber das ist, glaube ich, ein Gesetzgebungsvorschlag, der sicherlich so das Positivste ist, was wir soweit an Gesetzesvorschlägen gehabt haben. Im Bundestag wird heute eigentlich gerade darüber gesprochen. Jetzt gibt es aber noch die Klage, die ihr in diesem Bereich anspricht. Ja, wir begleiten jetzt, wir haben also am Montag eingereicht, eine Verfassungsbeschwerde gemeinsam mit Lann Hornscheid. Wer Lann Hornscheid noch nicht kennt, Lann Hornscheid ist eine relativ bekannte Person. Insbesondere hat Lann Hornscheid lange eine Professur für Genderforschung auch an der Humboldt-Universität ein, innegehabt und setzt sich also auch beruflich ganz intensiv mit Fragen um Gender auseinander. Und Lann Hornscheid lädt selbst eine geschlechtliche Zuordnung seit Kindestagen ab und will also den Geschlechtseintrag streichen lassen. Und nach Lann Hornscheid-Verständnis ist Geschlecht quasi, also wenn ich das mal in meinen Worten wiedergeben darf, eben in allererster Linie ein soziales Konstrukt, das sich so an gewissen körperlichen Details aufknüpft, dann aber halt ganz wirkmächtige, also ganz krasse Konsequenzen im gesellschaftlichen Bereich hat, weil wir ganz viele Erwartungen, das Zu- oder Absprechen von Fähigkeiten eben an diese Geschlechtszugehörigkeit knüpfen. Und diese Einkategorisierung, die empfindet Lann Hornscheid eben als extrem diskriminierend, was ich persönlich als Frau zum Beispiel relativ gut nachempfinden kann, was aber bestimmt noch stärker Personen betrifft, die sich eben nicht in diese binäre Geschlechtskategorien einkategorisieren können. Und Lann Hornscheid hat eben 2014 versucht, vor Gericht die Streichung des Geschlechtseintrags durchzusetzen und ist damit bis zum OLG Düsseldorf gekommen, das positiv entschieden hat, ganz in dem Sinne dessen, was ich eben gerade auch schon erklärt habe, dass nämlich maßgeblich die Geschlechtsidentität sein muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, es also auf die Attestanforderungen, die im Personenstandsgesetz normiert sind, nicht ankommen kann, dass man also verfassungskonform quasi darüber hinweg liegen muss, hat dem Antrag also stattgegeben. Und dann hat aber der BGH entschieden im April und hat in einer wirklich furchtbaren Entscheidung einfach mal versucht, die bisherige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts komplett zu ignorieren. Der BGH sagt nämlich in seiner Entscheidung aus April, ja Geschlecht ist ja biologisches Geschlecht und wir erfassen da im Personenstandsregister einfach so Körperlichkeiten von Personen und Lann Hornscheid hat uns ja irgendwie nicht vorgelegt, dass das körperliche Geschlecht aus diesen Kategorien männlich-weiblich abweist, weil ein Attest nicht vorgelegt war und deswegen ist das hier nicht möglich und allenfalls könnte Lann Hornscheid sich nun nach dem transsexuellen Gesetz nochmal auf einen neuen Weg begeben, nach dem nachteiligen Regime quasi mit einem Gerichtsverfahren, zwei Psychogutachten, nochmal ganz neu das beginnen, um dann außerhalb des Wortlauten des transsexuellen Gesetzes eine Änderung des Geschlechtseintrags zu bekommen. Das ist jetzt relativ viel Information, um zu sagen, der BGH hat also totalen Murks entschieden, sich völlig von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verabschiedet und deswegen müssen wir jetzt also erneut nach Karlsruhe ziehen, gemeinsam mit Lann Hornscheid, in der Hoffnung, dass das Bundesverfassungsgericht das erneut richtig stellt und sich hier vor die geschlechtliche Identität von Personen stellt und sagt, es kann nicht auf solche Fremdbegutachtungen ankommen und vor allem können wir nicht nach Geschlechtern diskriminieren, also nach körperlichen Merkmalen diskriminieren, beim Zugang zu einer Korrektur des Geschlechtseintrags. Okay, das muss ich glaube ich nochmal ein bisschen auseinandernehmen. Du hast jetzt gesagt, also im Sinne von wirklich die Details verstehen, Streichung des Geschlechtseintrages wäre dann der Geschlechtseintrag von Lann Hornscheid. Da steht einer drin und der muss weg. Nicht grundsätzlich, also das Feld ist dann leer. Und das wird Lann Hornscheid nicht gewährt vom BGH, weil der BGH findet es so wichtig, dass da was stehen muss. Der BGH sagt, Lann Hornscheid kann das streichen lassen, aber nicht nach dem Personenstandsgesetz, denn dafür müsste Lann Hornscheid dann ein Attest vom Arzt vorlegen und zeigen, dass da irgendwas mit dem Körper nicht den BGH-Vorstellungen von Geschlecht entspricht. Und das heißt, wer das nicht einsieht, das zu tun müsste, dann müsste Lann Hornscheid nach dem transsexuellen Gesetz dahin gehen, was aber ohnehin mit seinen zwei Gutachten und allerlei Verfassungswidrigkeiten gesegnet ist. Und was in dem Zusammenhang eben ein nachteiliges Verfahren ist, weil es ein Gerichtsverfahren ist, das kostet, da muss man zwei Psychogutachten über sich ergehen lassen. Und wenn man in Anknüpfung an körperliche Merkmale Leute benachteiligt, dann ist das eine Geschlechtsbenachteiligung, für die braucht man zwingende biologische Gründe und die gibt es hier einfach nicht. Das ist also verfassungswidrig. Ich habe mal wirklich noch mal eine Metafrage. Welchen, also ich vermute, ich vermute, dass eine der Überlegungen ist, bei einer solchen Entscheidung potenziell in irgendeiner Weise eine Hürde stellen zu wollen, dass das jetzt nicht die Menschen nach Geschmack und Laune jedes Wochenende tun. Ich denke, dass die Hürde allein schon der bürokratische Prozess groß genug ist. Aber hat denn eigentlich so ein Geschlechtseintrag auch gesellschaftliche Konsequenzen? Also ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass ich den vorweisen musste. Insofern, was versucht denn hier vielleicht der BGH noch zu schützen? Am Ende ist es irgendwie eine Zeile oder ein Byte in irgendeiner Datenbank. Welche Konsequenz hängt denn hier dran, dass der Gesetzgeber oder der BGH, die Judikative in dem Fall, sich so stark dagegen wehren möchte? Das ist die große Frage, super gute Frage. Denn also der BGH sagt immer, also oder auch andere Konservatii sagen, es gibt so ein Ordnungsinteresse. Wir erfassen, also man könnte ja auch sagen, wir schaffen einfach diese Geschlechtskategorisierung ab. Wozu braucht der Staat das überhaupt erfassen? Das hat das Bundesverfassungsgericht auch als eine Möglichkeit vorgeschlagen in der dritten Optionsentscheidung. Dann sagen alle, nein, so, dann kann man ja die Person gar nicht erkennen im Pass oder so. Also es scheint irgendwie so eine Vorstellung zu geben, dass es ein Ordnungsinteresse des Staates gibt, Menschen also auch nach dieser Kategorie einzukategorisieren. Rechtliche Konsequenzen werden daran eigentlich nicht mehr wirklich geknüpft. Also es gab ja im Ausgangspunkt eben bei der Ehe so Vorgaben, wo das eine Rolle gespielt hat. Seit der Einführung der Ehe für alle ist das Geschlecht eigentlich egal, wenn ich heirate. Und es gab mal eine Wehrpflicht, die auch Geschlechtsvorgaben hatte. Die ist auch abgeschafft. Und soweit man sie wieder einführen würde, würde man heute wahrscheinlich auch die Geschlechtsvorgaben nochmal neu überdenken. Und sonst knüpfen sich daran eigentlich keine wirklichen Voraussetzungen. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen Grund dafür, dass man die Leute darauf festnagelt. Verstehe. Ja, Wehrpflicht wäre auf jeden Fall. Also da verstehe ich, das wäre ein Thema gewesen. Ich habe noch eine andere Überlegung, die mir dazu gerade einfällt. Wenn wir beim Chaos Communication Congress Einreichungen entgegennehmen, dann erfassen wir das Geschlecht der Person nicht. Es ist nicht möglich, das anzugeben. Das können die Reviewerinnen vielleicht durch die angegebenen Namen potenziell sich erschließen, wenn die Einreichende sich entscheidet, ihren Namen korrekt anzugeben und nicht irgendein vielleicht Pseudonym, was keinen Rückschluss auf das Geschlecht erlaubt. Jetzt haben wir häufiger auch überlegt, so eine Art Bevorteiligungen einzuführen, Quotelung oder sonstige. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Insbesondere hat uns auch mal interessiert, eine Auswertung zu machen nach, wie ist unser Bias. Wir haben das dann getan, indem wir die Vorträge uns angeschaut haben und dann eine Beobachter-Geschlechtszuteilung vorgenommen haben. Also eine Gender-Zuteilung durch Vortrag angeschaut, Videoaufzeichnung. Die ist also potenziell fehlerbehaftet, muss man ja auch sagen. Kann ja gut sein, dass die Person dann von uns anders gelesen wurde, als es der Fall wäre. Wir haben dann immer festgestellt, dass wir eine leichte Bevorteilung weiblicher Einreichungen haben, wenn wir die Grundgesamtheit zugrunde legen. Also es reichen, die Zahlen sind jetzt ausgedacht, es reichen 20 Prozent Frauen ein, das sind 30 Prozent Frauen im Programm. Die Zahlen haben wir irgendwo mal genau veröffentlicht, aber es ist, glaube ich, eher so 10 zu 20 oder so. Aber es gibt eine leichte Bevorteilung von Frauen. Wir mussten das aber dann sehr händisch heraussuchen. Jetzt gäbe es natürlich die Möglichkeit, und wir haben damals darüber diskutiert, ob wir zum Beispiel sagen, okay, nehmen wir dieses Feld vielleicht mit auf. Und dann können wir sagen, Male, Female, Inter und ich möchte es nicht sagen und was es nicht alles da angeht. Und dann haben wir uns aber festgestellt, dass wir so viel darüber streiten müssten, was wir allein an Feldern dort zulassen, dass wir gesagt haben, okay, komm, da verzichten wir doch wirklich ganz drauf, weil die Erfassung steht keinem Gewinn gegenüber. Und das ist ja so ein bisschen auch die Frage von Datensparsamkeit und Datenschutz, zu sagen, komm, wenn das Feld uns am Ende wenig bringt, dann können wir es doch auch ganz weglassen. Aber ihr hattet ja eigentlich ein ganz legitimes Ansinnen, denn ihr wolltet ja schauen quasi, haben wir eine ausreichende Repräsentation zum Beispiel von Nichtmännern auch in unserem Programm, oder? Die nicht ausreichende Repräsentation, die können wir von außen sehen. Das können wir am Endergebnis sehen. Wir wollten wissen, ob die notwendige Gegenmaßnahme eine Bevorteiligung bei den Einreichungen wäre. Das wäre der Fall gewesen, wenn wir 50-50 Einreichungen hätten und ein Programm mit einer Verteilung haben, die dem nicht entspricht. Also haben wir jetzt festgestellt, wir haben sehr viel weniger Frauen, die einreichen. Und im Programm ist der Anteil von Frauen allerdings höher. Mit anderen Worten, wir können jetzt vorsichtig unsere Reviewerinnen von einem Bias vermeintlich erstmal freisprechen. Dafür ist das Team auch groß und divers genug. Insofern hätte mich das auch nicht überrascht. Und unsere eigentliche Herausforderung ist, dafür zu sorgen, dass die Anzahl der Einreichungen von Nichtmännlichen zunehmt. Das war der Schluss, den wir daraus gezogen haben. Aber macht der Gesetzgeber solche Dinge? Ich habe eher den Eindruck, dass der Staat eher nur so, naja, wenn der da was anhand von Geschlecht macht, dann kommt da selten was Gutes bei raus, oder? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Denn auch zum Beispiel bei dem Kampf gegen Diskriminierung kann das ja auch wichtig sein, mal bestimmte Daten zu Geschlecht oder Geschlechtsidentität zu haben. Das ist eigentlich eine ganz ähnliche Konstellation, wie wir das bei Rasse auch haben. Trotzdem muss man ja nicht Rasse in seinen Pass eintragen. Also man könnte also überlegen, in welchen Zusammenhängen gibt es Sinn zum Beispiel von Personen freiwillig dazu Angaben zu erfragen, mit einer vorgegebenen Zielsetzung. Also ich habe das mal bei Bewerbungen in den USA gegeben, wo man irgendwie auch seine Ethnicity angeben kann oder so, wo die dann genau solche Fragen sich wahrscheinlich damit beantworten. Das kann man ja zusätzlich immer noch überlegen. Das ist aber kein Grund dafür, das für alle Personen im Pass aufzunehmen an sich. Im Personalausweis steht es übrigens nicht. Ist schon mal jemandem aufgefallen? Nee. Geht auch ohne. Was? Verrückt, oder? Nee, guter Punkt. Okay, fassen wir nochmal zusammen. Also, ihr geht davon aus, dass das verfassungswidrig ist, der Prozess, wie man nach dem Personenstandsgesetz den Geschlechtseintrag korrigieren kann. Es gibt die Varianten Intergeschlechtlichkeit und man bräuchte einen... Nee, nee. Wir wollen ja nicht den Eintrag von biologischen oder körperlichen Merkmalen. Wir wollen den Eintrag der Identität. Darum geht es, sagt das Bundesverfassungsgericht. Da gibt es die Optionen männlich, weiblich, divers und Leerstelle. Und dazu braucht man einen selbstbestimmten Zugang ohne Fremdbegutachtung. Und der muss diskriminierungsfrei sein. Also, für alle Menschen gleich, unabhängig von ihren körperlichen oder sonstigen Geschlechtszuschreibungen. Darum kämpfen wir jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und die Klage wird wann eingereicht? Ist Montag eingereicht. Montag wurde sie eingereicht. Und Lan Hornscheid ist die klageführende Person. Beschwerdeführende Person. Beschwerdeführende Person. Ist ja eine Beschwerde. Ist eine Beschwerde. Was ist da jetzt zu erwarten? Wie lange dauert sowas? Jahre wieder, ne? Ja, genau. Das ist jetzt also Kaffeesatzsiederei. Aber ich würde mal sagen, ich würde nicht erwarten, in dem nächsten Jahr außer dem Aktenzeichen vom Bundesverfassungsgericht was zu hören. Und also keine Entscheidung vor zwei Jahren. Es sei denn, wir werden unbegründet nicht Annahmebeschluss abgewiesen. Das kann manchmal flott gehen. Darauf hoffen wir nicht. Und dann gäbe es theoretisch auch noch das Eilverfahren. Aber wenn ich da jetzt mal sehr zynisch sein darf, wenn die betroffenen Personen ohnehin eigentlich jahrelangen Prozessen ausgesetzt werden, wird wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht sich sagen, naja, ob da jetzt, wenn der Prozess eh ein Jahr ist, dann können wir ja auch bei uns zwei Jahre Zeit lassen, bis wir entscheiden. Ja, ich glaube, ein Eilverfahren kann man hier nicht machen. Und hat schon sechs Jahre gedauert. Jetzt wird es noch ein paar andere Jahre dauern. Ich hoffe, wir kommen damit durch. Erstaunlich, wie viel Gegenwind dem entgegengesetzt wird. Na, aus welchen, aus wie vielen Bereichen der kommt. Also man fragt sich immer, auch gibt ja einige Leute, die sich über dieses Thema irgendwie emotional auseinandersetzen. Primär sind das dann irgendwelche älteren, weißen Männer. Da fragt man sich, woher die Leute die Energie nehmen. Auch junge, weiße Männer, ne? Also es gibt ja diese Trolls auf Twitter, die sind nicht immer alt, glaube ich. Aber es sind immer irgendwie, es sind echt oft Männer gelesen. Okay, dann sind die nicht alt, dann kommen die mir nur einfach so alt vor. Ja, aber ich finde das bei dem Themenpunkt echt übrigens total krass, weil also Lann Hornstein hat da ja auch wissenschaftlich so gearbeitet und ganz spannende Ideen und ist, glaube ich, für viele eine riesige Quelle der Inspiration. Aber in exemplicher Berichterstattung, auch in seriösen Medien, wird da immer von irgendwie zu radikal und sonst was gesprochen und alle stoßen sich so krass daran, an diesen Ideen, die so ein bisschen aus diesen gängigen Geschlechterkategorien rausfallen. Und Lann Hornstein hat da in der Vergangenheit riesige Hasswellen bekommen und ich finde das interessant. Das sagt mehr über die Leute aus, die diese Hass-Mails schreiben, als über Lann Hornstein, meine ich. Also ich fühle mich davon nicht bedroht und nicht betroffen und sehe keinerlei Anlass, mich dem in irgendeiner Form in den Weg zu stellen und vielleicht schaffen das ja auch einige andere Leute hier einfach mal solidarisch die Freiheitsrechte von anderen Menschen zu unterstützen, gerade weil sie einfach mal in diesem Fall in keiner Form die Freiheit anderer betreffen. Wir haben ja wirklich komplexere Fälle in den freiheitsrechtlichen Fragen, oder nicht? Ja, so würde ich es auch sehen. Alles klar, dann sind wir uns mal wieder einig, hoffen, dass wir das jetzt hier ein bisschen aufgeklärt haben, warum ja tatsächlich auch vielleicht auf den ersten und vielleicht auch auf den zweiten Blick relativ nichtige Kleinigkeiten dann doch relativ komplizierte Probleme für die Freiheitsrechte von Menschen darstellen und auch auf eine Weise eben unnötige. Und ich denke gerade den Leuten, die jetzt hier irgendwelche großen Shitstorms auf Lann Hornstein fahren, da muss man sich dann wirklich fragen, also nur weil oder gerade wenn euch dieses Problem nichtig vorkommt, gerade dann widmet euch doch größeren Dingen in unseren Zeiten und in unserer Gesellschaft als denen, die irgendwie tatsächlich niemanden betreffen, außer die Betroffenen. Ja, ein bisschen mehr Toleranz und ich glaube, ganz ehrlich, Geschlechtseinträge braucht man nicht. Das sowieso, deswegen habe ich anfangs auch gefragt, weil du sagst, Lann Hornstein engagiert sich für die Streichung, da habe ich gedacht, ja, alles klar, dann Streichung für alle, ne? Ja, das wird schwer jetzt hier durchzusetzen, das könnte der Gesetzgeber natürlich machen und das wäre auch verfassungsgemäß, sagt das Bundesverfassungsgericht. Möchte ich nochmal festhalten. Alles klar, dann wissen wir, was der nächste Schritt ist. Wir freuen uns, wenn ihr Logbuch Freiheit auf YouTube abonniert, da gibt es eine Playlist in meinem YouTube-Kanal und wir haben auch eine Webseite logbuch-freiheit.de, wo wir das Ganze als Audio-Podcast veröffentlichen, auch da könnt ihr einfach mit dem Podcast-Player eurer Wahl das abonnieren. Ihr könnt die Gesellschaft für Freiheitsrechte finanziell unterstützen, durch Spenden, ihr könnt auch Logbuch-Netzpolitik und Logbuch-Freiheit unterstützen, wenn euch das Programm gefällt und insofern wünschen wir euch einen schönen Sommer und uns eine angenehme Sommerpause. Tschüss. Ciao, ciao.